Jetzt. Hallo Friends, Hallo Franz. Ja, ihr seht heute die wahnsinnig exklusive Weltpremiere meines neuesten und ersten Karnevalslieds der Welt. Guck mal her, Peter. Zum Karneval Fasching, fast nach Fastelobend 2023. Komm zu mir. Die Anja, die Anja, die hält sich nen Piranha im Goldfischglas, im Goldfischglas. Am Abend kommt der Vanja und besucht die Anja und den Piranha im Goldfischglas. Zehnwechsel. Stufe 2. Die Frauke, die Frauke, die isst Salat mit Rauke. Und Eierstich, ja sie liebt Eierstich. Am Abend kommt Herr Brauke und sucht die Frauke. Und isst mit ihr Salat und aus dem Töpfchen Eierstich. Peter, hast du die Gitarre überhaupt mit drauf? Bis jetzt noch immer. Dreckigrufe. Das ist jetzt für Erwachsene. Das quatscht ja immer dazwischen. Der Klaus, der Klaus, der zieht sich. So, genau. Oh Mann. Na? Oh Mann, lass da rein. Vorführeffekt? Nein, nein, wir machen das jetzt. Was soll ich drauf nicht mehr singen? Ja, kann ich nicht. So. Riechenbild, ja? Ja. Die Gitarre auch? Ja. Gut. Der Klaus, der Klaus, der zieht sich gerne aus. Denn er ist FKK-Aktivist. Und seine Frau, die Seehör, die findet das sehr schien. Denn sie ist eine Voyeurin. Ende. Und dann läuft's. Ja. Ja. Die Anja, die Anja. Ach nee. Mach nochmal kurz Stop. Jetzt war ich durch den Anja. Sing. Wir müssen mal warten, bis der Frecker da hinten durch ist. Mach. Ja, jetzt nicht zu laut im Hintergrund. So. Sag, wenn du bereit bist. Ja. Die Frauke, die Frauke, die isst Salat mit Rauke und Eierstich. Ja, sie liebt Eierstich. Am Abend kommt Herr Brauke und besucht die Frauke und isst mit Salat und aus dem Töpfchen Eierstich. Ende. Hast du Ende geblickt?